Haben Sie auch das Gefühl, dass bisherige Therapien bei chronischen Krankheiten oft nicht ausreichend greifen? Hallo, mein Name ist Dr. Peter Ohnsorge von Scopro Learning Solutions. Mit der klinischen Umweltmedizin bieten wir Ihnen einen neuen Ansatz bei chronischen Erkrankungen. Im Fokus stehen dabei die Wahrnehmung der Auslöser, deren Diagnostik, strukturierte Therapien sowie primäre Präventionen. Hinter jeder fixierten Diagnose einer chronischen Erkrankung sollte die Frage nach dem Warum stehen. Hier sind meist statt einer Ursache viele im Spiel. Diese Multikausalität erfordert komplexes Denken. Die Wahrnehmung und Vermeidung oder zumindest die Minimierung dieser Ursachen bedeutet in der Behandlung chronischer Erkrankungen schon den ersten diagnostischen und therapeutischen Erfolg. Ihr internistisches Feingespür muss die Komplexität der Fehlfunktionen aufdecken und angehen. Dabei sind die sich gegenseitig beeinflussenden immunologischen, hormonellen, enzymatischen sowie andere metabolischen Funktionen zu berücksichtigen. Diese Arbeit mit der Komplexität geht weit über die üblichen symptomatologischen und linear-kausalen Strategien hinaus. Die klinische Umweltmedizin forscht und praktiziert mit diesen modernen wissenschaftlichen Ansätzen. Scopro Learning Solutions bietet Ihnen eine strukturierte, curriculare Online-Fortbildung in klinischer Umweltmedizin. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann würden wir uns freuen, Sie demnächst auf der D-GIM 2017 in Mannheim zu treffen. Sie finden uns an unserem Messestand 204, Ebene 2. Vielen Dank und ich hoffe, bis bald!